Wie ich den Ritter Kunibert besiegte Mit dreizehn ist man stets am Ringen mit sich und vielen anderen Dingen, wie auf dem Schulhof dieser Junge, ganz cool mit seiner losen Zunge. Ich sah ihn, und die Angst kam hoch, von Schüchternheit verdoppelt noch. Es brauchte mich zu hänseln wenig, das wusste er, und wie ein König, umringt von seinen Untertanen, zog eng und enger er die Bahnen um mich, bis er dann stehen blieb und schrie, Amanda, hab mich lieb! Danach das Johlen, das Gelächter. Von Mal zu Mal ging es mir schlechter. Ein Horrortrip der Schulhofgang, bis mir der große Kuh gelang. Mein Vater hatte kaum empört sich die Geschichte angehört und mir geraten, »Weißt du was? Betrachte das als einen Spaß. Amanda könnte ein Burgfräulein für ihn, den edlen Ritter, sein. Nenn ihn am besten Kunibert und frage ihn nach seinem Schwert. Dann schau genau hin, was er macht, ob er über dich oder mit dir lacht.« Ich hatte Angst, es wird nicht klappen, doch als er kam mit seinen Knappen, »Amanda, bitte liebe mich!« »O Kunibert, ich wart' auf dich!« Wie herrlich sprachlos er da war! Dann trotzdem lachen doch ganz klar, wir lachten alle, sie und ich. Ich respektierte ihn, er mich. »Wenn wir uns heute manchmal treffen, bin ich nicht Eva, er nicht Steffen.« »Hallo, Amanda!«, winkt er rüber. »Hei, Kunibert!«, grinse ich hinüber.